Liebe Freunde, heute wende ich mich mit einer Botschaft an euch. KPDM, pflücke den Tag, oder wie der Volksmund sagt, nutze den Tag. Warum sage ich euch KPDM, pflücke, nutze den Tag? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben eine sehr dynamische Lage. Wir haben zur Zeit den Coronavirus auf der ganzen Welt. Ihr könnt euch nicht mit euren Freunden treffen. Ihr könnt nicht die Verwandten besuchen. Ihr könnt nicht grillen bei so einem schönen Wetter. Ihr könnt auch nur begrenzt rausgehen. Aber trotzdem könnt ihr ihre Chance nutzen und jeden Tag was ausprobieren. Lest mein Buch, macht Fitness, geht trainieren, haltet euren Abstand und denkt immer daran. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um die anderen. Solidarität, Zusammenhalt, wir müssen an die anderen denken. Deshalb wünsche ich euch einen schönen Tag. Und denkt dran. Ab Montag haben wir eine Maskenpflicht im ÖPNV, im öffentlichen Personennahverkehr und in den Läden. Solidarität und Zusammenhalt, denkt an die anderen. Vielen Dank. In wenigen Tagen wird unser bisheriger Oberbürgermeister Gerold Nürnberg nach knapp 16 Jahren sein Amt aufgeben und an seine Nachfolgerin Katrin Alpsteiger von der CSU übergeben. Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister Gerold Nürnberg, für die 16 vergangenen Jahre, seitdem auch ich hier in neuem lebe. Es gab viele gute Errungenschaften und viele tolle Ereignisse zuletzt letztes Jahr, das 150 Jahre Stadtjubiläum. Mit Ihnen das zu feiern, das war doch bestimmt toll. Es gab auch Tiefgänge, nicht zuletzt der Nuxil, in dem es den großen Streit zwischen Stadt und Landkreis gab. Aber trotzdem wünsche ich Ihnen, Ihre Frau, einen geruhsamen Ruhestand und Ihrer Nachfolgerin Katrin Alpsteiger viel Erfolg.